Wir sind hier im Skigebiet Heuberg in Österreich und fahren jetzt mit der Palserndbahn nach oben und später fahren wir dann rüber zum Weimar-Dingau-Bahn. Genau, das haben wir heute für den Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. Februar, Fallenshundstal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.